Ausländer raus, Deutschland, Ausländer raus, Deutschland, Deutschland, Ausländer raus. Dann gehen wir rein in das neue Video von Riley, was Simon Unge mir und meiner Katze angetan hat. Ey, das fängt ja schon gut an. Hallo, ich bin Rachel. Vielleicht kennt ihr mich unter anderem durch Simons Streams, die meisten wahrscheinlich jetzt auch durch Simons Tweet, den er vor einer Woche rausgehauen hat. Da hat er ja Sachen reingeschrieben wie, ich wäre famegeil, ich wäre geldgeil, ich hätte ihn als Sprungbrett benutzt. Noch andere Dinge, dass ich narzisstisch wäre und Dinge komplett runtergespielt, wie zum Beispiel das Thema meiner Katze. Also komplett runtergespielt. Da werde ich später gleich auf jeden Fall drauf eingehen. Er hat ja vor einer Woche ungefähr den Tweet rausgehauen. Zur selben Uhrzeit hat er mir auf WhatsApp geschrieben, yo, ich weiß, alles. Kiki hat alles erzählt, auch dass du ein Video planst und ich muss ehrlich sagen, ich fass es nicht. Wie kannst du noch in den Spiegel schauen? Vor allem nach dem, was du mit deinem Ex-Freund erlebt hast. Ist dir Fame und Geld wichtiger als alles? Ey, ihr wisst, diese Kiki, psychisch krank, ne? Die ist am Ende, am Ende, ne? Erweiterter Suizid war ihre Passion. Über dein geplantes Video. Ja, ich habe darüber nachgedacht, mich dazu zu äußern, einfach wegen dieser Ungerechtigkeit. Ich wusste jetzt nicht auf Video, Tweet, keine Ahnung. Das war aber nie ein Stein. Okay, ich habe mir aber Riley ein bisschen anders vorgestellt, ne? Die Art und Weise, wie sie spricht. Eingemeistert. Ich habe es nie umgesetzt. Ich weiß nicht, woher er die Info hat, weil, keine Ahnung, klar habe ich mit Leuten drüber geredet, über die ganze Beziehung. Die meinten, yo, warum sagst du öffentlich nichts dazu? Also das ist ja komplett verrückt. Vielleicht könnt ihr das ja so ein bisschen nachvollziehen, wenn ihr die Ex-Freundin seid von einem... Jessi, mach das weg! ...großen, wirklich großen YouTuber. Man traut sich einfach nicht. Man traut sich nicht, was zu sagen, wenn man einfach Angst hat vor denen... Ich bin ja zum Beispiel ein kleiner YouTuber. Warum sagen bei mir dann Frauen nichts? Verstehe ich nicht. Das verwirrt mich ja jetzt komplett. Ich bin viel schlimmer als Unge, Annie the Duck und wie die alle heißen. Frequenzen. Jetzt zum Beispiel durch Simons Tweet habe ich super viele Nachrichten bekommen. Böse. Ocean, danke dir. Was ist denn mit dir falsch? Schämst du dich nicht, so famegeil zu sein mit Unge? Hass erfüllte Nachrichten, Morddrohungen, rassistische Nachrichten, also wirklich... Warte, was stand da, was stand da mit Russen? Hass erfüllte Nachrichten, Morddrohungen, rassistische... Oh mein Gott, wie durch bist du eigentlich? Typisch Russen. Ich jage deinesgleichenden der Ukraine. So ne... Waffen aufrüsten, aufrüsten! Wir müssen Whaley vernichten! Rassistische Nachrichten, also wirklich... Klar, es hat was mit mir gemacht, diese Nachrichten zu bekommen. Ja. Wie gesagt, ich hab mich gewundert über den Tweet. Mir kam nur der Gedanke, dass er irgendwie, wie gesagt, ne Info bekommen hat und mir irgendwas vorwegnehmen wollte. Die Sache mit meinem Kater, das hat ja niemand in den Raum geworfen. Ich denke, das war einfach ne Panikreaktion von ihm. Das war's. Vor allem jetzt mit der Annie-Thematik. Dachte er sich vielleicht zu, dass ich mich inspiriert fühle, mich jetzt zu äußern öffentlich. Weil ich mich jetzt auch logischerweise auch irgendwie dazu gezwungen fühle. Werde ich jetzt meine Erfahrungen teilen. Der hat irgendwie sowas... Wie sagt man das? Sie redet ein bisschen wie ein Junge, ne? Der Unge steht, glaub ich, auf Filmboys. Übrigens ist rechts, glaub ich, ihr Skript, kann das sein? Wirklich von Anfang bis Ende, bis heute. Das wird jetzt ne kleine Berichterstattung. Kommen wir dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben relativ vom Anfang, Anfang Juni 2021 angefangen, über Instagram zu schreiben. Erstmal ganz entspannt. Schreiben wir schon Modelagenturen? Leider noch nicht bisher auf dir. Ah, okay. Sie hat auf ihn reagiert. Okay, ich dachte umgekehrt. Das Gespräch, dann hatten wir relativ schnell auch Deep Talks, wo wir wirklich nächtelang durchgeschrieben haben. War auch... Oh, Deep Talks. Damit kann man Frauen locken. Emotional. Was willst du später machen? Ja, ich lese viel und will Natur und Freiheit und mir ist Geld nicht so wichtig. Diese Deep Talks. In Deep Talks ist jeder Mensch auf einmal voll der Gute und hatte voll die schlimme Vergangenheit. Und alles war so schlimm, aber jetzt wird alles positiv. Ey, immer dieselbe Leier, ne? Ihr kleinen Romoritos. Skandal. Ungefähr gewaltig kannst. Ey, Oden, du bist so ein Hund, ne? Ähm, Ocean. Zwei Nullen hinter. Dann sind wir korrekt, ist korrekt. Wie gesagt, alles schön. Ende Juni 2021 sind wir übrigens zusammengekommen. Da haben wir es ausgesprochen, dass wir jetzt ein Paar sind. Warte, 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 ich will diesen Screenshot sehen. Wir jetzt ein Paar sind. Dann haben wir mal ausgemacht, dass ich ihn besuche. Ey, ich will den Screenshot sehen von dieser Jetzt sind wir zusammen. 20 sind wir übrigens zusammenge... Wir haben heute ein tägiges Jubiläum. Hahaha, yay. Hey, krass, wenn ich darüber nachdenke, wie wir damals zusammengekommen sind. Kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Dabei war es heute. Boah, ey, 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 ey. Voll lustig, es hat alles so schön angefangen. So, komm, da haben wir es ausgesprochen, dass wir jetzt ein Paar sind. Dann haben wir mal ausgemacht, dass ich ihn besuchen komme. Da hatte ich aber tatsächlich oft den Eindruck, dass ich am besten, wenn es nach ihm ginge... Du musst Veränderungen zulassen. Ich stehe hinter dir bei allem. Helfe dir mit allem. Du bist nicht alleine. Du hast mich und ich dich. Danke für alles. Adnan liebt dir psrot. Damit hat Heikel ihn erobert. Doch Nabila hat davon erfahren und seitdem kriselt es. Wie soll sie damit umgehen, einen Mann zu haben, der andere Männer beglückt? Es ist nicht einfach. Mein Rat an Nabila, du bist eine starke, mutige, eigenständige Frau. Deine Zeit kommt nun. Werde zum E-Girl-Schlampiner. Ja? Sofort hinziehen soll. Ich soll den Part besuchen, überspringen und direkt hinziehen. Wo ich dann immer meinte, warte mal. Ich will dich erst mal besuchen. Ich will sehen, wie du in echt... Es geht mir zu schnell. Sollen wir diese... Sollen wir diese verrückte Sache durchziehen? Hätte ich schon Bock. Aber lass gucken, wie es im August wird. Wenn es schön wird, kündige ich. Ja, mach in deinem Tempo und guck, wie du dich fühlst. Ich will dich erst mal besuchen. Vier morgens, locki, locki. Jeder liegt im Bett. Schreiben, hin und her drehen, links und rechts. Wow. Wir sehen, wie du in echt bist. Dann lass noch mal gucken. Ich hatte da auch gerade erst meine Ausbildung beendet. Dekadenz, ihr Kelp. Du hast auch sowas gemacht. Warte ab, wenn ich dich sehe. Submission. Angestellt, hab gearbeitet. Es wäre auch dazu gekommen, dass ich meinen Job... Es geht zu schnell. Mensch. Du bist mir mega wichtig. Hab meine Familie noch nie was von einer Freundin vorab erzählt. Ja, das sagtest du. Du bist mir auch mega wichtig. Hab noch nie für jemanden gekündigt. Ja, süß. Süßer Chat. Kann man nix sagen, ne? Dass ich meinen Job hätte kündigen müssen. Hätte ich auch gemacht, wenn ich mir zu 100% sicher gewesen wäre. Aber war ich mir zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. In seinem Statement hat er ja geschrieben, dass er das Gefühl hatte, dass... Wie kann man zusammen sein, ohne sich zu sehen? Du hast gar keine Ahnung, Junge. Manchmal ist die Verbindung schon beim Schreiben sehr stark. Dass ich ihn als Sprungbrett... ...benutzt hab. Ne, für Geld. Die Sache ist aber, dass er halt derjenige war, der mir ständig Fotos von seinem Auto... ...hoffe, uns fährt keiner rein. Ja, aber ich denke jetzt nicht, dass sich Unge jetzt mit seinem Tesla Elektrowagen locken wollte. Ne? Kanye hatte G-Waggon. Und am Ende, was ist... Was ist Schlampina? Sorry, sorry. Nein, nein, nein. Das nehme ich zurück. Das war ein bisschen zu asozial. Was ist aber am Ende Yenke gefahren? Kaputte Opel Corsa mit leerem Tank. ...geschickt hat von Geldbeträgen... ...von Geldbeträge. 300.000 Euro. ...briefumschlag mit einem... ...zocken mit Tadde und ich hab 20k von der Bank abgeholt. Das ist Haarlims Geld. Hat's ein Geld drinne. Also da dachte ich mir auch schon, okay, versucht er mich damit irgendwie zu beeindrucken. Soviel dazu, ich werde... Meint ihr, aber man weiß doch, Unge ist Multi-Multi. Guck mal, ganz ehrlich, ne? Am Ende, privater Chat. Ich denke, jeder privater Chat ist ein bisschen komisch. Ne? Ihr wollt nicht wissen, was Jesse vor 20 Jahren... ...als sie ihren Mann kennengelernt hat, ihm alles zugeschickt hat. Über hier diese Polyphon-Handys. Nokia. Wär irgendwie Geldgeil. Ich hatte halt eher den Eindruck, dass er mich irgendwie mit diesen Dingen zu ihm locken wollte. Ja, er hat die russische Ader gespürt. Sind wir ehrlich? Welche Frau liebt... Ich als Mann liebe auch Geld. Mich könntest du mit Geld auch locken. Würde Harley mir... Bilder schicken, dass er ein Batzen Geld hat, ich würde sagen, Bruder, ich bin direkt bei dir. Oh. Wenn meine Mutter anruft, ich lösch die Nummer meiner Mutter. Ich sag, ach, Helilino. Oh. Aber der Typ ist pleite, ist ein Penner. Ist ein Penner. Seit 20 Jahren spielt er dasselbe Lied auf Klavier und zieht dieselbe Beethoven-Perücke auf. Tod, tot. Aber er ist trotzdem immer noch das einzige Sprungbrett, was ich habe auf YouTube. Doch, sie ist halb Russin, halb Äthiopierin. Irgendwie sowas. Ich verlinige um ihn als Person. Wie gesagt, ich wollte ihn erstmal nur besuchen. Weiter sagt er zum Beispiel auch in seinem Statement. Ja, da hast doch bestimmt Mamula erzählt. Da hast du gesagt, guck mal hier, Gavarit, Geld. Und dann war sie glücklich, hat geschrien und dann habt ihr über Cartier geredet. Cartier und Bulgari-Ringe. Und dass ich ihn für Fame ausgenutzt hätte. Ich habe ihm immer gesagt, wenn du das öffentlich machen möchtest, kannst du das machen. Wenn er mich nicht zeigen will. Und das Geld habe ich dir geschickt, weil ich einfach gerne unangenehme Situationen erzeuge. Weißt du doch, meins meinte er auch zu dir, dass du mich aus der Öffentlichkeit raushalten sollst. Gut. Hätte er mal lieber Halim Geld geschickt. Das ist mein Kink. Unangenehme Situation. Ich werde schon zu Halim. Ich meine, du kannst irgendwann sagen, dass du eine Freundin hast. Einfach damit du nicht mehr belästigt wirst. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass deine Supergrenze herausfinden, wer das ist. Wenn er mich zeigen will. Auch okay. Es kam von ihm halt immer so eine Andeutung, dass es voll süß wäre, wenn wir das öffentlich machen würden. So viel dazu. Ja, das ist auch völliger Schwachsinn. Ey, sie hat gekündigt, ist doch hingezogen. Weil sie es am Ende geil fand. Ey, aber jetzt mal ehrlich. So an sich können wir dir auch keinen Vorwurf machen dafür. Jetzt, wenn ein Taha Mushtin, ne, ich jetzt als Taha Mushtin, ein Mann sagt, komm nach Madeira, finanziell Unabhängigkeit. Du brauchst nie wieder mehr, sich um deine Zukunft zu kümmern. Ich sorge dafür. Sexy, geil. Dann würden sie das nicht mitmachen. Lebst auf einem Haus, Bauernhof, jeden Tag gut essen. Das willst du mehr. Das ist doch ganz normal. Das will jede Frau. Was wollte ich noch dazu sagen? Auf jeden Fall habe ich ihn dann besucht und es war auch super schön. Ich habe mich auch sofort in die Insel verliebt. Also ich dachte es zumindest zum Zeitpunkt, dass das für mich ausreicht, um einschätzen zu können, ob ich wirklich zu ihm ziehe oder nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, ja, ich bin mir sicher mit dir und ich werde dann zu dir hinziehen. Das, was wir aber auch noch ausgemacht hatten, dass ich gern mein eigenes Einkommen hätte, unabhängig von ihm. Kennenlernphase durch. Dann bin ich hingezogen mit all meinen Sachen. Oh, da, sie hat noch mal ins Skript reingeschaut. Surfing. Ich habe viele Sachen auch weggegeben, verschenkt. Die ersten Wochen waren auch sehr schön, als ich dann hingezogen bin. Aber nach einer gewissen Zeit, ungefähr nach ein, zwei Monaten, ist mir aufgefallen, dass er sich irgendwie von mir distanziert. Vor allem, als wir dann auf diesen Bauernhof gezogen sind. Und er ist distanziert. Er hat wieder eine neue kennengelernt. Er hat wieder Kennenlernphase gehabt. Vier morgens, links und rechts drehen am Handy. Ist wirklich sehr oft regelmäßig abgehauen in sein Office und hat nächtelang durchgezockt und mich da einfach alleine gelassen. Als ich... Ah, okay, okay. Er hat viel gezockt. Zu Besuch war. Ich meine, es ist ja normal. Man zeigt sich von seiner besten Seite, wenn man jemanden kennt. Ja, aber da warst du ja schon sicher. Du bist ja schon hingezogen. Aber warte mal. Die ist doch... Wann haben die sich getrennt? Erst vor einem Jahr, oder nicht? Also hat sie auf jeden Fall ein Jahr bis zwei Jahre dort ausgehalten. Ich kenne dich erst so kurz, aber ich will nicht mehr ohne dich leben. Oh, 3 Uhr 46. Oh mein Gott. Kann man auch nicht drauf gehen, aber ist bei mir genauso. Ich denke halt an nichts anderes mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das, was ich eigentlich sagen will, sagen soll. Oh, es kommt das Ich-Liebe-Dich. Oh, diese Nachts. Schreiben gemütlich, dunkel draußen. Schreiben links, rechts. Mit diesem Auf-Bauch-Liegen und dann diese Füße-Wedeln. Ne? Ey, Leute, macht euch nicht über sowas lustig. Ich glaube, wenn von jedem solche Kennenlernphasen rauskommen, ist es eigentlich für ein Außenstehenden totes Cringe. Ne? Dieses hier. Warte. Ich will das nachmachen, aber ich bin zu unbeweglich. Ich kriege das nicht hin. Ich will mich eigentlich auf den Bauch legen und dann meine Beine so in der Luft wedeln. Ich offen herzlich Verständnis. Ey, Rachel, es kann nichts geben, was mich an dir stört, weil ich dich viel zu sehr mag. Du bist unglaublich. Wein. So einen Menschen habe ich noch nie kennengelernt. Könnte wirklich... Ja, ja, Locken, Locken. Du bist das Beste, was mir passiert ist. Ja. Ah, ich ziehe auch zu dir. Das voll hat Interesse an mir gezeigt und das war weg. Auf einmal, da hatte ich wirklich den Gedanken, erst hat er sich Mühe gegeben und jetzt, wo er mich besitzt, kann er sich einfach so... Ja, Eigentum. Ja, aber... Er kann doch zocken gehen, wo ist das Problem? Es gibt doch solche Phasen. Man soll doch nicht 24-7 aufeinander hocken. Heike, das schreibe ich dir auch mal um 4 Uhr morgens. Warte ab, ich werde dich fangen. Aus dem Staub machen, keine Ahnung, machen, was er will, mich nichts liegen lassen. Als wäre so dieser Jagddrang vorbei. So, ja, jetzt. Ich glaube aber, das ist doch Standard, oder nicht? Am Anfang ist Feuer drin. Das seht ihr ja bei euren Eltern. Bei denen war zum Beispiel noch nie Feuer. Deshalb ist ja auch deren Beziehung so stabil. Die mussten einfach miteinander heiraten. Ins kalte Wasser. Und dann haben die sich kennengelernt. Während der Ehe. Und dann ist das auch ein komplett anderes Gefühl. Als aus freien Stücken immer wieder diese Kennenlernphase zu durchleben. Und ha ha ha, du bist so unglaublich. Und du bist so toll. Und nichts stört mich. Ha ha, deine Fehler, die sind auch so toll. Ich liebe am meisten deine Fehler an dir. Oh, irgendwie sind es doch keine Fehler mehr. Ah! Jetzt bin ich da. Jetzt ist es nicht mehr so interessant. Den Gedanken hatte ich irgendwie. Natürlich. Am Ende ist es nur noch mit... Ja, Freundschaft. Es ist einfach wahr. Ne, Jesse? Ich weiß, vielleicht bist du gerade ein bisschen ironisch. Aber am Ende ist es so, wie eine sehr gute Freundschaft. So. Aber was viele nicht checken, die denken sich, das Feuer ist raus nach 10 Jahren. Dann suchen die sich wieder einen neuen Partner. Dann haben die wieder diese ersten paar Jahre, wo es toll ist. Und dann fängt es schon wieder an. Dieses, nach 5 bis 10 Jahren ist es wieder langweilig. So. Und was willst du am Ende machen? Willst du immer springen? Von Mumu zu Mumu oder von Pippi zu Pippi? Habe ich ihn auch irgendwann mal drauf angesprochen. Hey, was ist los? Warum diese Distanz da ist, die ich gespürt habe und die halt auch da war. Ja, und immer wenn ich es angesprochen habe, wurde es abgetan. Zum Teil umgedreht. Ich würde ihm... Ich kenne viele, bei denen das so ist. Ja, ich weiß. Es ist auch bei vielen Menschen mittlerweile so, dass sie dann immer direkt was Neues brauchen. Aber die sind einfach dumm. Die checken es einfach nicht. Kein Freiraum geben. Es ging mir halt wirklich immer darum. Oh, okay. Dritt machen. Wie? Die wollen was zu dritt machen? Warum zeigt sie nicht den ganzen Chat? Ich vermisse einfach meinen Boyfriend aus dem Discord und von dem einen Monat, wo ich hier zu Besuch war. Wenn du dich in meiner Gegenwart nicht entspannen kannst, auch wenn du am Zocken bist, dann sag es doch. Oder schreib es. Ich hätte gerne dir Zeit zurück, wo wir ein gutes Team waren und fast alles zusammen gemacht haben und uns alles erzählt haben. Ich dachte, der Partner ist auch gleich der beste Freund von einem. Ich hoffe, du verstehst meine Sichtweise. Auch wenn du es vielleicht nicht vor mir zugeben willst. Ich liebe dich. Wo ist meine Freundin, die nett zu mir war aus dem Discord? Jetzt bekomme ich nachts von dir zuhören, dass es besser sei, wenn ich nichts mehr sage. Weil der eh nur Scheiße rauskommt. Und das ist nur ein Beispiel von heute Nacht, bevor ich eingeschlafen war. Dass er wirklich einfach abgehauen ist, zum Zocken mit einem Kumpel, bis zum nächsten Tag auch einfach nicht wiedergekommen ist. Wenn er nur ganz kurz für Essen holen oder so, keine Ahnung. Ich war einfach verwirrt. Warum? War ja schon immer so. Ja, nachdem haben wir... Je nachdem, wie hierher gezogen sind, da hat er mich links liegen gelassen. Also da hat es angefangen, dieses Egoistische. Er meinte, ich gebe ihm keinen Freiraum. Er war wirklich 24-7 nebenan und hat gezockt für ein paar Wochen. Ich bin zwei Tage hier und oben. Halt rum. Ich so links liegen gelassen werde. Und wenn ich es angesprochen habe, hieß es, ja, du kannst ja auch immer mitkommen. Aber wenn ich dann so zugekommen bin, hat keiner mit mir geredet. Die zocken und ich sah es halt wie... Jetzt lässt du mich alleine mit denen und sagst mir nicht mal, dass du nicht mitgrillst. Also, das lässt mich irgendwie nicht in Ruhe. Lass mal später reden. Yo, kannst auch zocken oder machen, was du willst. Ist doch egal. Okay. Bisschen die kalte Schulter, ne? Nach einem Jahr. Wie ein Möbelstück daneben. Und wenn er dann mit mir Zeit verbracht hat, die wenigen Male da, dann hab ich mich wirklich so gefreut. Ich hab mich so gefreut. Wie ein Kind aufs Karussell. Also das war... Okay, aber guck mal, das, was sie bisher erzählen, dafür kannst du jetzt einen Unger nicht haten, ne? Typische Beziehung. Schön, dann wird es weniger. Er zockt lieber dies und das. Okay, so. Es passt doch nicht. Also, es gefällt dir nicht. Völlig in Ordnung. Trennt man sich. Fertig. Highlight. Oh mein Gott, er macht was mit mir. Wie gesagt, wenn jemand mal kurz alleine sein muss, verstehe ich komplett. Aber es war wirklich eine Regelmäßigkeit. Für mich nicht normal. Wenn ich's angesprochen hab, ist es... Na, Kopfschmerzen. Ja, wenn ich Zeit hätte, das alles zu lesen, wäre ich doch schon bei dir. Wenn ich nix zu tun hätte. Wollt er eigentlich kommen, aber dann sagst du keine Wertschätzung und sowas Quatsch ist. Dann hab ich auch keinen Bock. Oh, er wird zickig. Er ist nicht zu sicher mit ihr. Es ist ein Streit ausgebrochen. Und im Endeffekt hab ich mich dann dafür entschuldigt, weil ich dachte, ich nerve ihn. Er sagt ja auch zum Beispiel in seinem Statement, dass ich gesagt hätte, er wäre nicht gut genug für mich. Das habe ich legit noch nie gesagt, dass er nicht gut genug wäre für mich. Nicht einmal, auch nicht in anderen Worten. Das kam sogar von ihm aus. Ich glaube, ich bin nicht gut genug. Oh. Wie nennt man das, wenn einer sich in die Opferrolle stellt? Ist das Gaslighting? What? Why? Kein Plan. Habe an. Ah, das war aber 2021. Ein Jahr davor. Ah, ja, 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 ja. Er weiß, wie er mit der Psy... Er macht das gut, er macht das gut. Das ist kein Gaslighting. Ich hab keine Ahnung. Diese Begriffe, die sind mir alle zu viel. Das Einzige, was ich kenne, ist Danny Krüger-Effekt, oder wie das heißt. Also, wenn wir uns gestritten haben und es wirklich ausgeartet ist, indem er mich angeschrien hat, das war auch noch so ein Punkt, er hat mich sehr viel angeschrien, hat er sich dann... Also, entweder ist er... Deshalb, Leute, macht das nicht. Wenn ihr jemanden kennenlernt, sagt einfach, ey, guck mal, ich bin ein Penner. Ich hab kein Geld, ich hab keine Zukunft, ich hab gar nichts. Hast du Bock? Komm. Hast du keinen Bock? Zurück, komm. Safi, so. Dann müsst ihr nicht diese Rumgetuschtel und Tächtel-Mächtel durchmachen. In sein Office verschwunden, wollte mich dann nicht mehr sehen. Oder er hat sich ins Bett gelegt, hat geweint, dass er nicht gut genug wäre für mich. Niemals hat er sich ins Bett gelegt und hat dann geweint, sich so auf die Seite gedreht. Mit seiner veganen Decke. Mich, dass ich mir jemand anderen suchen soll. Ich hatte da natürlich Mitleid mit ihm. Ich hab gefragt, warum soll ich mir denn jemand anderen suchen? Ich bin doch nicht ausgewandert, keine Ahnung, weil ich mir nicht sicher war. Ich will doch, ich will doch dich. Dann haben wir uns auch eigentlich immer danach wieder vertragen. Diese Sache mit... Oh, dieses in Arm einschlafen, gemütlich und so. Ja, 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 ja. Er hat gut gespielt. Ich wäre nicht gut genug für dich, gehe nach Deutschland zurück. Das hat er wirklich so oft gemacht. Wenn ich zum Beispiel etwas angesprochen hab, vorsichtig auch irgendwann, weil ich wusste, okay, wenn ich... Ey, warte mal, warum muss ein Mann vorsichtig angesprochen werden? Wo ist sein Testosteron hin? Junge, Junge, Junge. Ist falsch ansprecher. Ist er sauer geworden. Ausgerastet, hat mich angeschrien. Und mir super oft... Ich weiß nicht, ob es eine Drohung war. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Dass er meinte, während des Streits noch, Ja, so, ich will jetzt, dass du dein Handy nimmst und jetzt einen Flug nach Deutschland zurückbuchst. Das hat er wirklich super oft durchgezogen in der Beziehung. Oh, das ist ekelhaft. Nee, nee, das ist wirklich eine ekelhafte Sache. Dieses, ja, dann geh nach Hause. Such dir einen Flug und so. Das ist schon wirklich eklig. Wenn das stimmt. Aber ich denke, jeder hat so seine negativen Charakterzüge. Also ganz ehrlich, am Ende des Tages, Standardbeziehung. Bis jetzt ist nichts für mich da, wo ich sage, boah, brandgefährlich. Existieren eigentlich Nudes von dir? Ja, 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 doch, doch. Ich mache auch immer direkt im Chat behalten. Diese einmalige Ansicht und so, Bruder, lass mal. Ja, hier, nimm meinen Chat. Bei kleineren Streitigkeiten. Aber vor allem auch bei größeren Streitigkeiten, ja. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was er damit erreichen wollte. Mich irgendwie kaputt machen hat auf jeden Fall funktioniert. Ich wusste nicht, wie ich mit den Situationen umgehen sollte. Dass er mich so viel alleine lässt. Dann war er wieder süß zu mir. Dann hat er mich wieder alleine gelassen. Warst du auch mit einer zusammen, die du noch nie gesehen hast? Bruder, nur Profilbild, nicht mal Videochat. Hat gereicht. Dieser Switch, immer vom einen zum anderen, auch so brastisch. Ich will gar nicht widersprechen, dass wir nie Zweisamkeit hatten. Dass wir nie was gemacht haben. Aber es war wirklich, wirklich wenig. Es gab natürlich auch Momente, wo wir natürlich was zusammen gemacht haben. Und da kommt jetzt nochmal ein... Ich muss aber sagen, mein King ist, ich fühle mich zu vergebenden Frauen hingezogen. Ich weiß nicht, wo, warum, woher das kommt. Aber sobald ich diese Schloss sehe, Anfangsbuchstabe mit Schloss, dann finde ich die Frau auf einmal interessant. Dann fange ich an, erst zu schreiben. Ohne dieses Schloss will ich nicht. Diese, lass mal, Bruder, wir sind Schlossbrecher. Panzerknacker. So. Ein Punkt, wo ich anfangs dachte, ja, es ist einfach sein Humor. Aber je öfters passiert es, umso unwohler habe ich mich... Ich gehe manchmal, äh, wie heißt das? Paris. Eiffelturm. Diese Schlösser. Ich gehe nur auf diese Schlösser und gucke mir diese Namen an. Einfach gefühlt. Wenn wir uns dann mit Leuten getroffen haben, nach ein paar Wortwechsel, hat er mich dann irgendwann... Also fast schon vorgestellt mit, ja, ratet mal, wo sie herkommt. Ja, ratet mal, wo sie herkommt. Und dann macht er erst mal Witze auf meine Kosten. Guck mal hier. Geschoppt. Aus Thailand. 20 Euro. Aus dem Katalog. Ta- Ja, komm, heul nicht rum. Du fandst das bestimmt selber lustig. 20 Euro, Madame. Oh. Aha, hihi. Daran erinnere ich mich so gut noch... Harley macht Thailänderin schon für weniger bekommen. Für Zehner. Auch daran, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Ich wollte ihn auch nicht vor den Kopf stoßen, deshalb habe ich auch nichts gesagt. Ich hätte theoretisch auch was sagen können, aber ich wollte ihn auch nicht in eine unangenehme Situation bringen. Und das hat er wirklich sehr oft gemacht, bis ich ihn natürlich auch darauf angesprochen habe. Und da hieß es nur, ja, du weißt auch, dass es nur Spaß ist. Ich habe einen halbschwarzen Bruder. Ich hatte auch wirklich den Eindruck, dass er... Aber ey, guck mal, ganz ehrlich, entweder kommt man auf den Humor des Partners klar oder eben nicht, ne? Irgendwie versucht hat, mich zu kontrollieren. Er mochte es nicht, wenn ich außer mit seiner Schwester anderweitig unterwegs war. Zum Beispiel, wenn ich da mit irgendwelchen Leuten getroffen hätte, einfach zum Chillen, ganz normal. Schon eher so durch die Blume, aber ich wusste, okay, wenn ich das mache, wird er sauer. Was er mir wieder so ein bisschen durch die Blume gesagt hat. Ich durfte meine Familie in Deutschland nicht besuchen. Ne, ne, der hat einen, äh, ganz normal halbschwarzen Bruder. Ich habe den Namen vergessen. Netter Junge. Er sagte, ohne mich würde er ja auch nirgends hinfliegen, aber mitkommen wollte er ja auch nicht. Dann hieß es ja, wegen seiner Sozialphobie. Er kann nicht in ein deutschsprachiges Land, wegen seiner Sozialphobie. Natürlich habe ich ihm das auch geglaubt, mit der Sozialphobie. Wenn das jemand behauptet, stelle ich das auch erst mal gar nicht in Frage. Ich habe mich zum Teil wirklich so... Junge, hast du meine Socken in dieses Loch gestoppt, wo dieser Gulligeruch rauskommt? Bist du eigentlich komplett wohl? Nimm da deine eigenen Socken für. Ich wollte nur wissen, ob es dann aufhört. Es sind doch eh dreckig gewesen und müssen gewaschen werden. Wie du so... Wie du so richtig unfreundlich schreibst. Schade. Ey, der ist doch jetzt nicht ernsthaft beleidigt, weil sie ihm das geschrieben hat. Ey, bitte. Ich werde einen von euch fangen. Wartet ab. Junge, das kommt von den ganzen veganen Produkten. Da nimmt sein Östrogenspiegel halt ziemlich zu. Dann wächst eine Klitoris raus, wegen vegan sein. So respektlos behandelt gefühlt. Und für ihn war auch so ein Ding ein ganz starkes Problem. Ich finde jetzt so, wie sie geschrieben hat, keine Ahnung. War das so böse, wie sie geschrieben hat? Nimmt man sowas ernst? Halim hat immer Socken für andere Sachen benutzt. Ich muss das jetzt nicht weiter ausführen. Problem, dass er nicht mehr mit Hunden schon böse im Bett schlafen kann, weil ich auch einfach allergisch bin. Also von mir aus kann er gerne im Office, auf der Couch mit den Hunden schlafen, aber halt nicht in dem Bett, wo ich auch... Wie? Hat sie Knubbel vergiftet? Nein. Ey, aber jetzt keine Scheiße machen, ne? Nicht, dass jetzt gleich jemand den Titel ändert. Mörderin von Knubbel. Das geht zu weit, Leute. Dann dachte er sich einfach mal, ja, hole ich einmal den größten Hund, den wir haben, ins Bett. Ich hatte wirklich über Nacht Asthmaanfälle, ich hatte Husten, ich konnte kein Auge zumachen. Und er liegt da, seelenruhig und schläft wie ein Stein. Wie kann man so wenig Empfinden haben? Wie kann man so krass auf alles scheißen? Ich finde es aber auch eklig, einen Hund, der draußen rumläuft, ins Bett zu holen und die riechen auch so komisch. Bah, Katzen ist was anderes, die sind ja eh immer nur zu Hause. Deshalb, aber Hunde, bäh. Dass man so ruhig schlafen kann. Also ich habe mich in dieser Beziehung eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich... Weil ich die Situation nicht mal ernst nehme. Du willst mir jetzt weiß machen und wenn du daraus jetzt eine große Sache machen willst, dann mach, dass du mich aus Spaß angeschrien hast. Ich hätte jeden angeschrien, der zweimal geklopft hätte. Ja, bin ich jeder. Das Gespräch macht keinen Sinn mit dir, weil du es nicht verstehst. Ich bin deine Freundin und erwarte ein bisschen Respekt in unserer Beziehung. Wow. Einmal. Hey, das sind so Kinderstreitereien. Angeschrien, bitte Respekt. Ich habe doch nur geschrien. Ich schreie immer. Nein, ich bin aber jemand anders. So. Hä? Langweile. Aber jetzt ehrlich, das ist Langweile. Da merkt ihr einfach, die haben zu viel Zeit miteinander verbracht. Oder die hatten zu wenige Hobbys. Finde ich von ihm respektiert gefühlt. Er erzählt mir nichts. Er sagt mir nichts von seinen Plänen. Er braucht von Menschen, die nicht so viel verdient haben wie er, keine Tipps, keine Ratschläge. Mein Ziel war es auch nicht, ihn irgendwie zu belehren, sondern einfach mit ihm einen Wortwechsel zu haben. Mit meinem Freund. Ich wollte nicht die Beziehung einfach aufgeben. Wie gesagt, ich bin zu ihm ausgewandert. Ich habe alles aufgegeben. Ich habe meinen Job gekündigt, so wie er es wollte. Ich bin so schnell hingezogen, wie es ging, so wie er es wollte. Ich habe alles aufgegeben und ich habe diesen Menschen auch wirklich geliebt. Kommen wir jetzt zu dem Thema, wo mir meine Schwester meinen Kater gebracht hat. Ich werde jetzt nicht immer meinen Kater sagen, deshalb er heißt Tiger. Ich habe ihn... Oh, der ist schön. ... auch wirklich geliebt. Kommen wir jetzt zu dem Thema, wo mir meine... Ey Leute, wir gucken 1,25 und trotzdem, es fühlt sich langsam an, ne? ...schwester meinen Kater gebracht hat. Ich werde jetzt nicht immer meinen Kater sagen, deshalb er heißt Tiger. Ja, so einen hatte ich ja auch in Russland. Ich habe ihn direkt damit gebrieft. Yo, er ist super scheu, er ist ängstlich, er ist schüchtern, er braucht Zeit, man muss sein Vertrauen sich einfach erarbeiten. Und das habe ich ihm wirklich erklärt und er sagte, ja, kein Problem, kriegen wir hin, weil ich das ein bisschen bei ihm beobachtet habe mit den anderen Tieren, dass er einfach die Tiere einfach so hochnimmt. Da habe ich ihm gesagt, du kannst das in meinem Kater auf keinen Fall machen. Nimm ihn nicht hoch. Dann gab es aber einen Tag, wo ich mit der Schwester in der Stadt war und dann kriege ich auf einmal eine WhatsApp von Simon. Ja, dein Kater hat mich gebissen. Ich wollte ein Displate von der Wand hingen und Tiger saß mir im Weg. Hat er sich gedacht, ja, packe ich mal die Katze zur Seite. Und dann hat er ihn halt hochgenommen und ein Biss passiert. Erst hieß es auch, er wollte Pipi, den Hund von Taddle vor Tiger, irgendwie safen, wo ich mich frage. Okay, die Katze hat mich gerade so krank gebissen wegen Pipi. Warum nimmst du diesen Hund Alter, was ist das für ein Biss? Überhaupt mit in den Container. Mein Kater hatte noch nie eine Konfrontation zu diesem Zeitpunkt mit einem Hund. Was wäre, wenn irgendwas passiert wäre mit diesem Hund? Und dann hat er jetzt einen Biss. Natürlich tat mir das auch leid, aber ich habe mich auch irgendwo auch geärgert. Das war der Moment, wo mir aufgefallen ist, dass Simon... Ach, mach was du willst, juckt mich nicht mehr. Hä? Dass ich eben auch so benommen wie Tiger ist am wenigsten mag. Direkt uneinfühlsam. Laut und ruckartig. Da musst du sein Fauchen auch nicht so persönlich nehmen. Er ist einfach sauer wegen einer Katze, wegen einem Lebe... Ey, bitte. Habt ihr doch schon gesagt, was man bei Katzen am besten machen sollte, wenn die Panik bekommen. Augenkontakt unterbrechen und am besten abwenden. Er ist nicht aggressiv, sonst hätte er dich hier angegriffen oder so. Ja, am besten nicht erziehen. Am besten keine Konsequenzen für das Verhalten. Ich hab dir gesagt, tu ihn raus. Nicht mehr so feinfühlig mit Tiger umgegangen ist. Wo er wirklich ihn angefangen hat zu hassen. Wenn Simon in den Container reingekommen ist. Natürlich, mein Kater hatte Angst, hat sich versteckt erst mal und hat gefaucht. Man hat wirklich gemerkt... Sie hätte die Katze bei Halim abgeben sollen. Chelsea hätte auf die Katze aufgepasst. Er faupft nicht aus Aggression, sondern aus Angst. Simons Reaktion war halt, er hat Tiger angeschrieben. So laut, dass es mir schon in den Ohren wehtat. Ihn mit seinen Schuhen beworfen, mit Möbeln beworfen... Ja. Ja. Hä, warte mal. Rachel? Mit wem? Schreibt sie gerade. Vor allem müsste er wissen, wie es ist, ein Tier zu verlieren. Ja, eben. Und er bereitet Tiger gerade das schlimmste Leben. Sag ihm, wenn er dich liebt, soll er das für dich machen. Schreit rum, wirft ihm Stühle nach, schmeißt sein Kuscheltier aus dem Container, schlägt mit Türen. Hä? Er schmeißt Stühle nach ihm? Ja, einen Hocker. Wieso? Ah, sie schreibt bestimmt gerade mit Kiki. Kiki will die auseinanderbringen, damit Kiki den Part übernimmt. Die Selbstmordgefährdete, die Geisteskranke, erweiterter Suizid. Sibbi, wartet kurz. Ich muss meiner, äh, meiner Alten die Tür aufmachen. Ey, Eike. Was? Fack nicht, was? Was schätze ich? Oh, ich habe es. Oh, ja, ja, ich sehe, du hast es auch schon probiert. Die sind lecker, ne? Chips? Ja. Die sind echt gut. Die sind cool, ne? Die habe ich glaube, schon mal die... Alten? Ne, 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 Akzent einweg. Ich habe einen Langer zu und Saraten und gar nicht weiß ich jetzt nicht, was du da vergessen willst oder ob du das überhaupt wissen willst. Okay. Leute, ich komme sofort. Ey, Eike, dann fiss dich. Nein, lass uns nur noch ein bisschen reden. Ich werde eh nicht neben dir essen. Wie war dein Tag? Ich esse jetzt eh nichts. Ich muss, äh, auf das Video reagieren. Das ist gerade richtig spannend. Ja, dann gehen wir noch kurz. Äh, ungehandte Videobach. Na, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Nein, sag doch, nein! Du bleibst hier, wir reden jetzt erstmal. Wir reden. Eike, dann willst du... Hey, die haben sich getrennt, weil die nicht miteinander geredet haben über die Probleme. Ey, hörst du uns eigentlich? Ja, hörst du uns eigentlich? Ja, sag mir, wir waren dein Tag. Wir waren dein Tag. Der vor dem Tag war gut. Okay, wirst du nicht? Nein, nein, nein. Nein, ich bin fertig. Ich esse in der Küche. Ich esse nicht. Ja, aber du weißt, damit du dein, äh, wie heißt es mal? Was ist mit Video und so weiter? Das ist gut, das kommt gut, wenn du alleine bist. Sicher? Ja, nein. Nein, nein, setz dich hin. Nein, nein. Ja, ja. Eike, du schwitzt ja ganz schrecklich. Wirst dich jetzt von mir? Das war der Chat mit Kiki, ne? Oh, Tiger. Ey, süßer Blick. Ich muss aber sagen, Leute, ne? Das ist wirklich krass. Die Katzen in Russland gar nicht aggressiv, ne? Also, die dicke Katze, meine Lieblingskatze, muss ich ehrlich sagen, die kannst du jetzt nicht so anfassen, wie du willst. Irgendwann wird sie sauer, aber die anderen beiden gar nichts heben, machen, wie du willst. So, immer gechillt. Immer geduldig. Dass ich ihn irgendwann an die Draußenwelt gewöhne, aber nicht so. Es kamen dann Äußerungen von Simon, wie ich lass mich in meinem Container nicht anfauchen, der Kater hat so zu funktionieren, wie ich es möchte. Man hat einfach gemerkt, dass er sich persönlich Container, Flüchtlinge, Surya, als hätten die dort mit Mumudis Familie gelebt. ...dich von Tiger angegriffen gefühlt hat, wie schnell Simon... Der geht immer eine Stufe nach, der anderen ganz langsam. Er saß unten im Gras und ich hab nach ihm geguckt und der hat ganz schlimm gezittert. Ja, das muss er lernen, wenn er so aggro ist. Ach, mach, was du willst. Juckt mich nicht mehr. Ohne mag keine Katzen. Der mag nur Hunde, deshalb... ausgetickt ist, sobald Tiger ihn gesehen hat, ein Fauchen kam und sich versteckt hat. Versteckt, Frau Simon. Er hat auch einmal meinen Koffer auf... Du musst ihn aber nehmen, ohne Witz. Ich... Der übel ist... Der überliebt das keine zwei Jahre hier. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Hat er ihn geschlagen oder was? Meine Koffer auf ihn geworfen. Hä? Junge! Alter, habt ihr gestritten oder wie? ...auf ihn geschmissen. In seinem Statement sagt er ja, dass er Tiger nur rausgescheucht hätte. Ich hoffe, jetzt ist ein bisschen klar, dass ein bisschen mehr passiert ist als das. Und das nächste, was ihn angreist... Sagen wir mal so, ne? Unge hat jetzt Tiger nicht gemocht. Tief gemacht hat, ist, dass sich mein Kater, dass sich Tiger immer vor ihm versteckt hat, wenn Simon so eine Attacke hatte. Dann hat er angefangen, seine Versteckmöglichkeiten aus dem Container zu stellen und das Bett unten zu verbarrikadieren, weil er nicht möchte, dass er sich vor ihm versteckt hat. Der hat Stammtiere unter dem Bett gekleppt, damit die Katze da sich nicht verstecken kann. Hey, Hammer! Die Katze war ungeausgeliefert! ...stecken kann. Es ist ein Tier. Es ist mein Haustier. Ich liebe dieses Tier. Ich sehe ihn als mein Sohn. Er hat mir auch Sachen an den Kopf geworfen. Ich sehe ihn als mein Sohn. Kennt ihr diesen Meme? Eine Frau ist schwanger und hat eine Katze im Bauch? Ja, ich zahle dem hier alles. Er soll mir dankbar sein und zum Dank faucht er mich an. Er versch... Nein! Das hat er niemals gesagt. Das ist... Ich zahle alles. Er soll dankbar sein. Ey, Adnan, woher kennst du den Satz? Kim, mein Schatz hört mich nicht. Er versteht doch nicht, dass es dein Container ist. Er versteht doch nicht, dass du seinen Katzenfutter bezahlst. Er versteht es doch nicht. Er sagte mir auch, wo er ihn einmal rausgescheucht hat, da war es auch ganz schlimm. Er darf so lange nicht wieder rein, bis sich Tiger von Simon reinholen lässt. Da habe ich gesagt, das wird nie passieren. Der hat zu große Angst vor dir. Das ist ja dummer, so mit der Katze. Er kommt dir nicht näher als fünf Meter. Er sagt, er steht an der Tür, holt Tiger rein und wenn er reingeht, wie so ein beleidigtes Kind, was so seinen Fehler einsehen soll, dann akzeptiert der Tiger erst mal, wenn er nicht dann wieder faucht. Und da habe ich gesagt, das wird nie passieren. Ich wusste nicht, ob es irgendwie was mit mir zu tun hatte, weil klar, wir haben uns auch viel gestritten. Irgendwann habe ich versucht, die Dinge nicht mehr so nah an mich ranzulassen. Vielleicht ist er deswegen auf die Sache gegangen, die mir als nächstes am meisten bedeutet, einfach um mich zu verletzen. Der Gedanke kam mir auch, dass er mich einfach damit verletzen wollte. Und da er auch in seinem Statement meinte, es ist nie etwas passiert in Sache körperlicher Gewalt. Es gab auch Situationen, wo er auch auf meinen Kater losgegangen ist, angeschrien hat wie sonst was. Mein Kater hat sich an Ort und Stelle eingemacht. Er hat einfach auf den Boden gekotet, vor Angst. Er hat gezittert. Er wusste nicht, wohin. Ja, aber warte, warte, warte. Damit ich das glaube, brauche ich schon ein Beweisbild. Er konnte sich ja auch nirgends mehr verstecken. Sorry. Ich wollte dazwischen gehen, weil ich wirklich da... Oh, der hat geweint, Miss Kina. Achter, gleich schli... Donation, gucken wir später. Wiegt er ihn? Es reicht ja schon, dass er ihn mit Sachen verschmeißt und abwirft. Und dann hat er mich einfach auch auf den Boden, also geschubst. Und klar, er ist kräftig. Ich bin einiges kleiner als er. Ich bin hingefallen. Und statt sich zu entschuldigen, sagt er so, hat er mich angeschrien und sagt, ja, steh sofort auf, steh sofort auf. Mach das weg. Ich dachte, was ist das? Ich saß auf dem Boden, hab wirklich Heulkrämpfe gehabt. Ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte immer, er wäre so tierlieb und geduldig. Sorry, wenn ich nicht die ganze Zeit in die Kamera gucke, das ist ungewohnt für mich. Es gab dieses Schubsen. Es gab aber tatsächlich auch andere Sachen, die um einiges schlimmer waren. Womit ich mich jetzt aber unwohl fühle, die jetzt beim Namen zu nennen, weil ich auch erst nach der Beziehung und auch sehr spät erst mit Leuten darüber gesprochen habe. Nur so zur Info. Es gab Angreiflichkeiten von ihm aus. Ich wusste... Wie? Ja, aber... Ich check das nicht. Oh, hier. Zwei Stunden am Telefonieren. Habt ihr euch wieder gestritten? Du musst ihn aber nehmen. Ohne Witz. Ich... Okay, das haben wir schon gesehen. Wenn Tiger hier bleibt, wird er nicht lange leben. Mir ist auch da schon aufgefallen, dass er nicht mehr so regelmäßig gegessen hat. Da dachte ich mir, er wird nicht lange leben. Allein durch diesen Stress. Immer wenn jemand am Container vorbeigelaufen ist, hat er immer Panik geschoben, sich schon verstärkt, angefangen zu zittern, präventiv gefaucht und ich hab Simon so oft gesagt, lass dich doch bitte nicht von seinen Fa... Okay, das haben wir auch schon gelesen. ...aukenprovozieren. Er faucht nicht, weil er agro ist, sondern weil er einfach Angst vor dir hat. Und immer, wenn ich das irgendwie deeskalieren wollte, die Situation, hieß es, dass ich ihn nicht so in den Rücken fallen soll. Ich wäre ja voll auf Tigers Seite. Der Kater lernt nie, wenn ich ihn so in Schutz nehme. Tiger ist ja nicht irgendein Typ, mit dem Simon Beef hat. Ich hab's nicht verstanden, wie man seine Probleme... Ja, ja, sofort, Merz. ...so auf ein hilfloses, kleines Lebewesen auslassen kann. Nach diesen Handgreiflichkeiten gab's auch Situationen, wo er ins Bett gegangen ist, wo er geweint hat, wo er gesagt hat, es tut mir so leid, es tut mir so leid, ja, such dir lieber jemand Besseren. Dann hab ich ihn auch den Punkt, Therapie, versucht vorsichtig anzusprechen. Weil ich wusste, so wie er... Ja, aber ey, wozu braucht man... Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ne? Therapie oder eine Paartherapie, also wenn sie das jetzt vorschlagen will oder sagen möchte, doch nicht nach ein Jahr Beziehung ohne verheiratet und ohne Kinder. Das ist völliger Schwachsinn, da kann man sich auch einfach trennen und fertig. Er reagiert mit diesem ganzen Drumherum, auch schon wie die Beziehung lief. Das ist nicht normal. Der braucht Hilfe. Surprise! Er ist nicht in Therapie, weil es hieß, Therapeuten sind alles Betrüger, denen werfe ich doch nicht mehr Geld in den Rachen. Er therapiert sich lieber selbst. Er wollte nicht. Er wollte bis zum Schluss der Beziehung keine professionelle Hilfe. Wenn er nicht möchte, wer bin ich denn, dass ich ihm eine Therapie aufzwinge. Ich hab's halt dann akzeptiert. Ich hab mich zu dem Zeitpunkt auch meiner Schwester... Du brauchst eine Therapie. Irgendwann stirbt Tiger deswegen noch. Ja, ist halt echt so. Aber Simon möchte nicht. Der braucht echt professionelle Hilfe. Er will weiter leiden, sich schlecht fühlen. Logisch. Der muss sich helfen lassen. Das kann keiner von euch übernehmen. Ja, und... Ja, und anderen auch diese schlechten Gefühle geben. Das ist schlimm. Für alle. Und dann lässt er es an Tiger aus. Er will sich ja nicht mal von mir helfen lassen. Beziehungsweise über seine Gefühle reden. Alter. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Besser anvertraut, weil ich einfach so am Verzweifeln war. Weil er auch nicht wollte, dass ich mit anderen Menschen mit meinen Ängsten... Ähm... Boah, aber... Ja, komisch, ne? Aber ich glaube, diese Verhaltensweise kommt dadurch, dass er schon seit sieben Jahren, glaube ich mittlerweile, seit sieben Jahren lebt er alleine auf einer Insel. Abgeschottet von der Gesellschaft. Ne? Da wirst du irgendwann krank. Ne? Egal, wie sehr du es magst, äh, allein zu sein, äh, und zu zocken. So, wenigstens alleine auf Reisen gehen oder alleine was unternehmen, aber nur zu Hause rumzusitzen, keinen Sport zu machen, ist ungesund für den Körper. Gerade als Mann, du brauchst Testosteron, du entwickelst Depressionen, Östrogene, dann vegane Ernährung. Das kommt auch noch dazu. Das ist eine Katastrophe, so ein Lebensstil. Nicht mit irgendwelchen anderen Menschen, mit... Nico, danke dir. ...meinen engsten Freunden über meine Probleme spreche. Und die Probleme, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, war die Beziehung. Ich habe die Probleme bei mir gesucht. Ich wusste nicht, mache ich was falsch? Warum ist der auf einmal so anders, seitdem ich hier lebe? Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, meinen Kater, meiner Schwester zu geben, weil ich für Simon so starke Gefühle hatte. Ja, die Situation mit Tiger wurde nicht besser, bis er auch irgendwann einfach gedroppt hat. Ja, ich warte eigentlich nur, bis Tiger stirbt, damit ich endlich meine Ruhe habe, bis mein Kater irgendwann aufgehört hat. Hat Tiger einen Container auf einem Bauernhof? Hat Tiger einen Tesla? Hat Tiger fünf Millionen auf der hohen Kante? Soll Tiger seine Mutter effekanen? Wallah, Bruder. Tiger-Tingrismus. Er hat zu essen, er hat immer mehr geschlafen, er wurde träge. Ja, und irgendwann ist mein Kater dann mehr oder weniger zusammengebrochen. Er hatte Schüttelfrost. Okay, aber der Kater lebt noch, ne? Fieber, Durchfall, musste er brechen, wie eine Panikattacke. Dann bin ich auf jeden Fall so schnell es ging, mit ihm zu einer Klinik gefahren, hab ihn dort abgegeben, die haben mehrere Untersuchungen gemacht. Okay, der Kater sieht aber echt... Aber wir müssen auch das Alter dazu erfahren, ne? Wenn jetzt der Kater so 13, 14, 15 Jahre alt ist, dann kann es auch altersbedingt sein, ne? Oder das kommt natürlich noch dazu. Aber anscheinend ist der Kater sehr stark unter Stress oder sehr großem Stress ausgesetzt, missgehen. Insgesamt war ja da vier Tage. Ich hab meiner Schwester geschrieben und ich dachte, er stirbt jetzt. Das war es jetzt. Wegen so einer, für mich, Kinderscheiße. Wegen so einem unreifen Verhalten. Ich frau so grad gar nichts. Das kam von alleine. Und als ich am nächsten Tag wiedergekommen bin, hieß es einfach, der hat gar nichts, den ist gut. Wie findet ihr ihren Liedstrich? So? Hm. Ich glaub, die Augen könnte man sogar noch ein bisschen besser betonen. Es kommt alles von Stress, was er hatte. Klar, dann hab ich mich auch irgendwie geschämt, weil ich da auch zum Teil auch Angst hatte. Hoffentlich fragt sie mich nicht, was bei mir zu Hause los ist. Das war dieser pure Terror, den Simon da verursacht hat. Dann hieß es irgendwann, ich mach mir ein Office in der Stadt fertig, dann arbeite ich von da. Ich hab hier nicht meine Ruhe, sagt er. Auf jeden Fall ist er dann in diese Stadtwohnung runter. Äh, russisch, äthiopisch. Er hat dann sein Setup vorbereitet für seinen Reik. Und wie ist dein Urlaub sonst so bisher? Sehr gut. Und deiner? Arbeit, Arbeit. Kanal. Er hat Reik schon während der Beziehung angefangen, weil er gesagt hat, fuck die deutsche Community ab, er will damit nichts mehr zu tun haben, er möchte in die amerikanische VTuber-Szene. Das war das, was er mir gesagt hat und er möchte sein Gesicht nicht mehr zeigen. Alles cool. Oh, okay, okay, okay. Er wollte noch größer werden. Expandieren. So, dann ist es mir irgendwann aufgefallen, als ich oben war, ja, irgendwie kommt er gar nicht wieder, obwohl er mir gesagt hat, er wird da von dort aus nur arbeiten, schlafen tut er natürlich oben auf dem Bauernhof, bei mir. Wenn er jetzt bis in die Nacht arbeitet, erwarte ich nicht, dass er zu mir hochfährt, aber er ist halt wirklich gar nicht mehr hochgekommen. Wäre nett, wenn er mir das mal so gesagt hätte, dass er in die Stadt zieht. Also ich glaube auch, dass er in die Stadt gezogen ist, weil er einfach diese Konfrontation mit Tiger nicht mehr wollte. Er sagte mir auch oft, er möchte... Krass. Er hat sich eine... eine neue Wohnung gemietet, wegen einer Katze. Also, Alhamdulillah, denen geht es ja wirklich sehr, sehr gut finanziell. Ne? Safi. Katze hat einen Container, der Tesla hat seinen eigenen Container und Unge zieht in die Stadt. Ich hätte keine Kompromisse eingehen in dieser Beziehung. Für mich wäre es auch wirklich fast schon okay gewesen, dass ich meine Familie nicht mehr sehe. Ich war mehr oder weniger dazu gezwungen, halt zu pendeln zwischen meinem Kater und Simon. Ich wusste, wenn ich zu lange bei Tiger bin, würde Simon verletzen. Deshalb habe ich schon darauf geachtet, dass ich immer... Nein. Er war doch jetzt nicht wirklich eifersüchtig auf die Katze. Entscheide dich, ich oder Tiger. Wenn wir jetzt vom Rapper Tiger reden, okay, dann kann ich das schon verstehen. Der Rapper Tiger ist schon gut ausgestattet. Da kann man ruhig mal eifersüchtig werden, ne? Und der ist, glaube ich, etwas wohlhabender als der Simon. Aber es ist nur eine Katze. Länger bei Simon bin als bei Tiger. Ich hatte auch irgendwie die Hoffnung, dass wenn wir schon distanziert leben, dass wenn ich dann bei ihm bin, wir dann viel Zeit verbringen, weil er mich dann auch vermisst. Das war... Die leben beide auf Madeira und führen eine Fernbeziehung. Ey, Leute, wirklich, ich sterbe. Das sind... Ich will auch diese Probleme. Wallah, billah! Ich will diese Probleme. Ich will nicht diese Probleme haben. Ey, ich schlafe auf einer Matratze im Wohnzimmer. Ich will diese Probleme haben, dass ich eine Fernbeziehung auf einer Insel führe. Wegen einer Katze. War da leider auch eine Seltenheit. Wie ihr wisst, ist Simon ziemlich tief drin in diesem Immobilien-Game. Er hatte öfters mal Wohnungsbesichtigungen, wo ich auch immer mal mitgekommen bin. Das war auch so gefühlt das Einzige, was wir auswärts gemacht haben. Wohnungsbesichtigungen, essen und dann wieder hochgefahren und das halt auch nicht alleine. Dann in der Stadtwohnung gab es halt eine Situation, wo er Wohnungsbesichtigungen hatte für eine Freundin. Ja, auf jeden Fall war ich einmal bei einer Wohnungsbesichtigung für diese Freundin mit dabei. Da habe ich irgendwie total gemerkt, wie er meinen Blicken aus dem Weg geht. Ich habe ihn auch während der Wohnungsbesichtigung ein bisschen zur Seite gezogen. Yo, alles gut? Du gehst irgendwie meinen Blicken so aus dem Weg. Nee, nee, mach ich gar nicht. Später noch essen gegangen. Da hat er schon super wenig mit mir gesprochen. Morgens sind wir aufgewacht, lagen noch im Bett. Dann hieß es von ihm ganz plötzlich, ich finde, wir sollten getrennte Wege gehen. Nein, er hat sich doch nicht wirklich eine neue rüber auf die Insel geholt. Jetzt wissen wir, was er im Office gemacht hat. 4 Uhr morgens nach links und rechts drehen. Hihi, du bist voll süß. Nein, du bist besser. Hihi, ha, ha. Oh, ich liebe dich. Oh nein, ich liebe dich. Hihi, ha, ha. Hihi, ha, ha. Oh nein, ha, ha. Ey, Hammer, echt. Ich mag Unge. Der Typ ist mein Vorbild. Also willst du damit sagen, Menschen und Katzen können keine echte Beziehung haben? Warum? Weil sie nicht intim werden können. Wer sagt das? Du Hinterwäldler, Simons Eifersucht für Tiger war gerechtfertigt. Katzen verführen Menschen seit Jahrhunderten und damit ist nichts falsch. Simon Pleber, Respekt, brother. Diese Scharmutter wird gejagt in der Ukraine. Ey, ey. Ey, das war die beste Nachricht, die ich gelesen habe. Du wirst in der Ukraine gejagt. Ey, bitte. Wie kam dieser Typ einfach nur auf diesen... Typisch Russisch. Ich jage dich in der Ukraine. Oh, Junge. Krank. Getrennte Wege. Das ging gar nicht. Ich hab's gar nicht in meinen Kopf bekommen, was da gerade passiert. Dass er gerade mit dem Schluss macht. Er hat mir immer gesagt... Fala, brother. Tiger hat mit mir Lahluli geraucht. Wallahi, brother. Komm, Decathlon. Er kann sich ein Leben ohne mich nicht vorstellen. Dann wieder diese Distanzierung, dieses Links liegen lassen. Dann wieder diese Streits und dann wieder dieses Zurückrudern. Das war immer dieses Hin und Her. Und dann dachte ich mir wirklich, wir haben so viel zusammen durchgestanden. Und du trennst dich jetzt einfach von mir. Vor allem ohne eine Begründung. Er hat mir nicht mal eine Begründung genannt. Es hieß nur, ich würde auf Madeira nichts aus mir machen. Ich hätte ja nicht mal meinen Führerschein. Es wäre besser, wenn ich nach Deutschland gehe, um zu studieren. Vielleicht lerne ich dann jemand anderen kennen. Ich meinte zu ihm, aber ich möchte nicht jemand anderen kennenlernen. Also ich bin noch nicht nach Madeira ausgewandert, um dann zu merken, oh ja, ich mach nichts aus mir hier. Ja, und dann ist er wieder zu einer Wohnungsbesichtigung gegangen und hat mich dann in diesem verwirrten Zustand dann zurückgelassen. Hm, okay. Die Sache ist, wir wissen ja nicht, ob es wirklich 100% so vorgefallen ist. Wir dürfen ja auch nicht immer alles zu 100% glauben, was eine Person erzählt. Jeder hat ja so seine Sichtweise. Aus Simons Sicht ist es wieder bestimmt anders. Die Mitte ist, äh, die Mitte. Die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte natürlich. Das Video wurde heute hochgeladen, vor sieben Stunden. Und ich hab dann aus Verzweiflung, wirklich aus purer Verzweiflung, meine Schwester angerufen. Ah, okay. Das ist nicht Kiki, diese Person, sondern ihre Schwester. Okay, ich dachte die ganze Zeit, das wäre Kiki. Und wie ist die Lage? Kühl. Hatte ein bisschen das Gefühl, der hat das etwas als Grund benutzt, um mich finito nach Berlin zu schicken. Wie so als Gelegenheit. Uff, anstrengend. Und danach gab's wieder Küsse. Fühl mich irgendwie unwohl. Wie benutzt irgendwie. Wie es ihm gerade passt. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube auch, ich will nach Hause mit Tiger. Je öfter ich Tiger lese, desto mehr stelle ich mir wirklich gerade Tiger vor. Rake City, Bitch. Rake, Rake City, Bitch. Würde jetzt die zwei Wochen, wo deine Freunde da sind, gute Wiener ziehen und danach ihn zur Rede stellen. Ich kann's mir hier nicht mehr vorstellen. So richtig. Oh, oh, oh. Mit ihr drüber gesprochen, sie nach Rat gefragt. Ja, und dann ging die noch ein paar, weiß nicht wie lange, eine Stunde oder so, ging dann die Haustür auf. Da war Simon. Dann hab ich natürlich auch aus Angst, aber auch aus Reflex, einfach aufgelegt. Er hasst meine Schwester. Auf jeden Fall hat er ihre Stimme erkannt Können echt gute Freunde sein. Aber dieses Katzenproblem, mäh. Entschuldigt. Ich will's gar nicht sagen, aber irgendwie ist es so, weil ich noch so manipuliert war von ihm. Bin hochgefahren, zu meinem Kater. Hab's akzeptiert. okay, ich werde nach Hause fahren, das war es jetzt auf jeden Fall war ich bettfertig und ja, auf einmal ging die Containertür auf und da stand Simon komplett aufgelöst kam auf mich zu, hat sich zu mir ins Bett gelegt Schatz, nein, geh bitte nicht das wäre der schlimmste Fehler von mir ever scheiß aufs Studium, du kannst auch von hier aus studieren, bitte, bitte weil ich mich mehr oder weniger mit der Situation schon abgefunden habe und irgendwie auch mich mit dem Gedanken angefreundet habe dass ich endlich aus dieser stressigen Situation rauskomme nach Hause, auch wenn es schwer ist, meinte sie ihm äh, ja ehrlich ehrlich gesagt, habe ich jetzt schon Lust da in Berlin zu studieren oh nein oh nein jetzt gefällt, okay, okay, okay jetzt muss er sich, jetzt jetzt müsste er sich was Neues ausdenken ne, wenn dieses Berlin-Thema nicht mehr klappt okay also wenn das stimmt, ne, ist Unge aber eine richtige Frau in der Beziehung Scheiß aufs Studium Scheiß aufs Studium, bla bla auf jeden Fall hat er mich so lange belabert bis wir uns wieder vertragen haben dann hieß es irgendwann was mir jetzt so im Gedächtnis geblieben ist natürlich enthält der Chat mehr lösch die Bilder von Instagram ich will nicht, dass irgendjemand in deinem Chat auch nur ansatzweise zu mir fragt und das wird passieren, weil ich nicht mehr live bin dann antworte ich halt nicht wir sollten die Fotos etc. von Insta löschen was? das kommt rüber, als hätten wir jetzt, ich hab die auch schon gelöscht dann dachte ich so, hä? was für löschen? ich dachte, das ist jetzt alles gut wir haben uns noch vertragen und dann sagt er, ja ich möchte nicht in der Öffentlichkeit sein dass unsere Beziehung öffentlich ist wir hätten die Beziehung nie öffentlich machen dürfen das war so ein Fehler was? weil wir öffentlich jetzt verbunden sind das nervt mich so krank warum sagst du sowas? ich möchte mich aus dem Streaming rausziehen aus der deutschen Szene aber du streamst und für Leute bist du meine Freundin ich will meine privaten Dinge nicht in die Öffentlichkeit ziehen er möchte sein Gesicht auch nicht mehr zeigen deshalb hat er ja Raik vorbereitet hab ich auch alles gecheckt aber diese Fotos die eh schon alle gesehen haben was macht das denn für einen Unterschied wenn man die jetzt löscht dann hat er geschrieben ja, wäre top das kommt drüber als hätten wir uns getrennt ja, das wäre top du zeigst dein Gesicht doch eh nicht mit Raik ey, der hat einfach der hat einfach eine Psychose ey, warum kriegen alle eine Psychose? das Gute ist halt bei ihm ähm er hat wenigstens noch sein Geld ne schaut euch mal ein Mäus an obdachlos Finanzamt Schulden ähm ähm ja und UFC-Fighter geworden wenn die Leute das so denken würden die dachten so hä ja, hab ich die Bilder ja, aber Unge ist kein gieriger Mensch ne also sein Bezug zu Welt ist nicht äh, sein Bezug zu Geld ist nicht gierig andere werden ja gierig ne ein Mäus hat verbrannte Erde hinterlassen wie viele Menschen er Geld schuldet das ist das sind komplett andere Dimensionen ne das ist halt der Unterschied bei einem Kennegg und bei einem Deutschen ein Deutscher hält wenigstens sein Geld zusammen Bilder halt gelöscht war ich mein, das ist sein Gesicht ja, und dann meinte er ja, übrigens ich treff mich jetzt mit Sabine für die, die sie nicht kennen das ist, ähm seine Ex-Freundin von oh, Sabine auch nett ich weiß auch nicht, warum die sich getrennt haben ich glaube, der hat einfach was Neues vielleicht gebraucht also, die waren halt ziemlich gleich vom Charakter mir quasi das hab ich halt auch nicht verstanden wieso also, als ob er mir das so unter die Nase reiben würde bis in der Wohnung ich komm jetzt runter was ist los ich check gar nichts und dann sagt er ne, ich bin schon weg ich bin jetzt unterwegs übrigens, Sabine kann alles mitlesen kein Bock mehr zu schreiben jetzt Sabine du liest alles mit ja, super Grüße ja, du grüße zurück er wäre jetzt schon mit ihrem Auto unterwegs die machen jetzt einen Ausflug er weiß, dass mich sowas triggern könnte weil ich wirklich nach Ausflügen auch zum Teil also nach Unternehmung gebettelt habe auf jeden Fall bin ich runter in die Stadtwohnung gefahren bin da angekommen Tür aufgemacht seine Wohnung war leer Schuhe waren weg dann hieß es auf einmal ja, er ist in der Nachbarswohnung gegenüber dann kommt er aus dieser Wohnung lächelt mich an umarmt mich und sagt mir du glaubst auch nicht lieber dass ich was mit Sabine machen würde als mit dir und da war ich so okay, dieser Mensch oh, er will sie eifersüchtig machen jetzt hat er sich Sabine zurückgeholt und macht ihr Hoffnungen um sie wiederum zu fangen hinten her hinten her das ist komplett unberechenbar ich kann ihn null einschätzen da ist irgendwas in mir abgestorben wo ich nur noch funktioniert habe ich bin auf potenzielle Diskussionssituationen nicht mehr eingegangen da war mir wirklich klar dass er einfach mit mir spielt der spielt einfach mit mir nach dieser Geschichte haben wir eine Penthouse-Wohnung besichtigt wo er mir immer gesagt hat das wird die finale Wohnung im Container ist eine Übergangsweise da wo er jetzt wohnt ist auch Übergangsweise und diese Penthouse-Wohnung wird die finale Wohnung wieder einziehen da hat er mir die Räume gezeigt alles ausgemalt wie schön unser Leben da wird das Einzige was ich in meinem Kopf hatte war dass Tiger nicht mit darf er hat mir nicht ver... wie? Tiger darf nicht mit? versucht nahezulegen er hat es mir so gesagt ich könnte ihm ja was schenken ich könnte ihn ja weggeben na egal auch wenn es die Cousine ist auf jeden Fall gab es dann wieder eine kleine Meinungsverschiedenheit wo er dann wieder diesen Satz gedroppt hat mit ja dann geh doch wieder nach Deutschland zurück und ich kann es gar nicht abzählen wie oft er das gesagt hat ich dachte nur so das kann ich nicht mehr das war wo ich mich getrennt habe Mitte Mai 2023 ich konnte dieses Spiel okay die haben sich vor einem Jahr getrennt ich ja nicht mehr ertragen dieses Jahr dann geh doch nach Deutschland zurück wenn es dir nicht gefällt geh doch da hin zurück komm wir buchen dir einen Flug wie so ein Totschlag-Argument wo er weiß dass es mir den Atem stockt weil mich sowas einfach zutiefst verletzt aber da konnte ich nicht mehr da konnte ich nicht mehr auf jeden Fall hab ich dann meine Sachen zusammengepackt hab meinen Umzug wieder vorbereitet ein Tag vor Abflug fing er dann wieder an mit Lovebombing ich werde dich so vermissen ich fahre ja drei Tage unten und du hast auch drüben gestorben ja das ist echt gigamüll ja war erst drei Tage hier bald sehen wir uns nie mehr das sind dann drei Tage so wichtige Termine oben lassen wir es einfach ich fahre nur hoch um meinen Kater zu sehen ich kann es nicht glauben dass wir bald 3000 warte mal was war das heule Kopfkissen voll ach Unge heult 3000 Kilometer voneinander getrennt sind und ich würde lügen wenn ich sage dass es nichts mit mir gemacht hätte klar ich war auch traurig ich war auch verletzt dass es so weit kommen musste ey aber dass sie ihr das zeigt Eismann meinst du nicht der hat Wasser geholt und einfach ein bisschen so drüber ich habe mein ganzes Leben in Berlin für ihn aufgegeben habe ich auch gerne gemacht weil ich dachte ich ziehe jetzt zu jemanden der gut für mich ist der mich wertschätzt der mich respektiert war halt leider nicht so und das ist immer euer Problem ihr solltet euch mehr auf Männer mit Migrationshintergrund einlassen wir sind viel offener viel toleranter als ihr alle denkt wir sind gar nicht so schlimm viele haben ja immer diesen Vorurteil dass wir mit Migrationshintergrund toxisch sind unsere Frauen schlagen nein wir sind die guten Männer ihr seid bei uns sicher aufgehoben weil war ich dann erstmal bei meiner Schwester damit sie mich erstmal ein bisschen wieder auffangen konnte weil mir ging es wirklich sehr sehr schlecht als ich mich übrigens von dem frisch getrennt habe wollte er es auch übrigens direkt twittern da meinte ich aber zu ihm schon dass ich das noch nicht gerne möchte weil ich einfach nicht mit den Kommentaren klargekommen wäre die dann eingeflogen wären ich hätte das einfach zu dem Zeitpunkt so frisch noch nicht verkraftet dann haben wir uns quasi so geeinigt dass man da ein bisschen Gras drüber wachsen lassen soll dass ein bisschen die Zeit vergeht oh warte warte die einzige Bursche war dass ich meine Familie besuche weil ich zwei Jahre nicht mehr hier war und das mit Family besuchen habe ich auch gepostet okay dann ist alles gut und ich sage einfach gar nichts dazu kannst dein Umfeld ja sagen dass wir getrennt sind habe ich bisher noch nicht gemacht mag das nicht so wie du weißt ich sag's nur kannst du es denen sagen wenn es dich sonst nervt oh er will eine Hintertür offen lassen das heißt vielleicht Frau Simon Wiefels Östrogen unser Bruder ich mag ihn trotzdem sehr muss ich hinzufügen hat gerade eine Kennenlernphase weiß aber nicht ob die so heiß ist wie er seine Riley findet und will jetzt noch so ein bisschen gucken vielleicht nochmal zurück zu ihr soll ich die zurückholen soll ich nicht so Zwiespalt ganz einfach und dann kann man es ja immer noch teilen ich habe ja nicht erwartet dass wir jetzt fünf Jahre warten hat er da oha meine Taktiken dann auch erstmal eingesehen und dann wieder nicht und dann wieder doch und dann wieder nicht wir haben trotzdem noch nett miteinander geschrieben so ab und zu mal das war für mich dann auch okay aber wie gesagt ich hatte mit der Trennung sehr zu kämpfen dann man verliert beide oder man findet zum Islam und hat am Ende sogar beide ne kannst du es so sehen und so sehen und so sehen mein Lieber ich ja nochmal unterhalten und dachte ich ja okay freut mich das war auch übrigens der Zeitraum wo er mich auch zu seinem Twitch Chat zu seinem Raik Twitch Chat eingeladen hat und er meinte ja du kannst immer gerne reinschreiben ja und dann stand ich irgendwann mal draußen doch so ja schreibe ich mal rein dass er den Screenshot ah hier du warst im Modus meine Mutter sagt auch gut davon warte mal ab bekommst du halt Schläge gib eine Notfallklinik Panty Panty okay okay plus 999 Nachrichten okay die waren beide noch nicht drüber hinweg ne aber was ist aus Tiger geworden war der Clubauftritt in New York ist er mit nach ist er mit nach Deutschland nach Berlin gekommen wo ist Tiger bei der ganzen Sache die Katze die von Simon gequält wurde irgendwann mal auf Twitch unterwegs da werden ja einem immer ein paar Kanäle immer empfohlen und dann hab ich einen Kanal bitte bitte sag meinen Namen nicht heikel echt heikel komm bitte mein Name wurde noch nie irgendwo erwähnt ja gesehen wo ich so zweimal hingucken musste erstmal dachte ich so hä den Raum kenn ich irgendwo her dann klick ich drauf und ich erkenne diesen Raum das war einfach da waren wir nämlich auch bei einer Wohnungsbesichtigung dabei da hab ich auch schön fleißig viele Fotos nein in dem Raum hat eine andere Chaya gestreamt ein Taha Mushten ja was hab ich euch gesagt ich hab es gesagt er hatte eine andere und wollte gucken okay gefällt sie mir gefällt sie mir nicht Testphase er macht Testphasen mit Frauen boah die ist aber schön der Spiegel schön eingerichtet ne bisschen Panelen wisst ihr wer Panelen liebt Halim der Miskin der hat seine Panelen mit Sperma an die Wand geklebt der Geisteskranke so viele Panelen hat er zu Hause viele Fotos fotografieren damit wir uns die im Nachhinein nochmal angucken ja die Sicht aber ich glaube bestimmt haben die noch eine andere Sicht ne aber ich finde auch da ist vielleicht drei Meter Abstand und da hast du direkt schon das nächste Haus das nächste Gebäude neben dir ist nicht so schön ist aber in Japan genauso ich denke mal vielleicht so eine Sicht nach vorne auf die Stadt auf das Meer ja da habe ich die Wohnung gekannt es war die andere Stadtwohnung wo es hieß ja da wohnen wir ja ich denke auch nicht dass sie zufälligerweise den anderen Channel gefunden hat sondern sie ist bestimmt so ein bisschen durch seine Zuschauer gegangen oder Mods oder VIPs und hat so ein bisschen rumgedrückt und dann hat sie gesehen ah ok wer ist das denn so ein bisschen gestalkt halt ne die hat bestimmt zu Hause von Mamuda Ärger bekommen warum hast du nicht wenigstens Ring bekommen blät pisdez und sie so aber Mama äh äh nein 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 Zucker blät nach und danach dachte sie sich scheiße ich habe nicht mal etwas mitgenommen ne wir dann bevor die Penthouse Wohnung fertig ist dann habe ich die Person mir angeguckt und dachte ok das ist eine Frau aber ich kenne die halt nicht ich wusste gar nicht was ich mit dieser Person anfangen soll das Einzige was ich halt so rausgehört habe ist dass die da wohnt ich habe den Stuhl erkannt ich habe die Wohnung ja ja ich habe vor allem den Tisch erkannt wo sie da saß das ist nämlich ein Biktisch gewesen ja 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 nein nein ja ja was er immer alleine gezockt hat damit wir so ein bisschen vielleicht nebeneinander was zocken können ok das ist jetzt ach du scheiße den Tisch den sie ausgesucht hat den Tisch den sie aus dem Katalog gezogen hat sie hat geblättert so so saß sie so so oh mein Gott Simon guck mal dieser Tisch hier der würde perfekt passen du zockst hier und ich sitze dann da und dann sind wir nicht so weit voneinander entfernt und dann hat ihn am Ende eine andere bekommen Junge alter was eine Beziehung Junge Junge das ist schlimmer als fremdgehen was er gemacht hat der Tisch aber da sitzt nicht ich sondern eine andere im Nachhinein hab ich dann erfahren dass da mein Puls gerade ist auch sehr sehr hoch Leute ne ey aber sie hat das Video richtig gut gemacht voll spannend es macht richtig Spaß ihr zuzuhören die hat Potential Mausi ich hab drei Unternehmen und die hatte ich auch vor ihm ich hatte vorher schon deinen Stammbaum kaufen können aber schreib ihm doch bitte an und frag ihn wann er konvertiert ist er freut sich ja nur weil dich meine Ehe nichts zu interessieren hat heißt es nicht dass ich deine Frage mit Nein beantwortet habe aber du bedenkst immer noch dass wir Frauen Männer heiraten wegen Kohle wir haben unsere eigene Kippie schenker und jetzt geh klein ey Ahmad Junge richtig unangebracht du hast mich gerade komplett rausgebracht du kriegst ein Timeout Bruder ich mag dich aber drei Minuten ja dass seine oder 313 Sekunden neue Freundin ist Marie nennt er sie ja dann ist mir ich bin komplett zusammengebrochen hab ich erstmal gecheckt dass ich mich schon wieder von ihm hab verarschen lassen war so enttäuscht und wütend vor allem weil mir dieser Bekannte gesagt hat Rachel als du weg warst die war eigentlich direkt da das fand ich schon komisch dann hab ich mir natürlich meine Gedanken gemacht dass ich er hat ausgewechselt so ganz einfach seit Corona wie viel Wechsel hat man seit Corona 5 Wechsel 6 Wechsel pro Spiel er hat einfach so Halbzeitpause Rachel flieg mal bitte nach Berlin Marie komm schon mal rein ich will nicht dass irgendjemand in deinem Chat auch nur ansatzweise zu mir frage okay okay das haben wir schon Fotos auf Insta löschen sollte dass es ja dann aussieht als wären die Wege getrennt wäre top hab eins und eins zusammengezählt war der festen Überzeugung dass das mit der schon parallel zu unserer Beziehung angefangen hat auch wenn es nicht parallel lief das war ja die Zeit wo er in sein Office gezogen ist und dort geschlafen hat hab ich euch doch gesagt er hatte da sein Handy 4 Uhr morgens und hat sich nach links und rechts gedreht ne und hat wieder so diese Kennenlernphase gehabt mit diesem Feuer dahinter dieses spannende oh ich mag das ja ich mag auch total das ha 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 magst du Chupa Chupa Lutschen ja so er hat mich warm gehalten allein durch das Telefonat er hat mich warm gehalten er hat mir Hoffnung gemacht da wird noch was zwischen uns werden irgendwann und dann hat er mich einfach ersetzt auf jeden Fall ist der Kontakt dadurch so ein bisschen eingebrochen weil ich dann auch immer weniger geschrieben habe und ich hatte dann als ich von Marie erfahren habe auch keine Lust mehr groß mit ihm hin und her zu schreiben und ich dachte mir er wird sowieso abstreiten er hat immer eh immer alles abgestritten dann war der Kontakt mehr oder weniger weg natürlich letzte Worte Kapitel 5 hat die Anni Sache was mit mir gemacht vor allem die Katzen warum hast du so viel prediktet Abo Bruder Menschenkenntnis nennt man das vielleicht willst du mich gerade nur verarschen aber es ist einfach so ich kann eins und eins zusammenzählen sie muss ich aber sagen äh ist um einiges glaubwürdiger als Reefed Thematik ich habe dann den ein oder anderen Tweet gemacht oh warte den Tweet muss ich mir aber auch kennt ihr das wenn ihr wenn ihr gerne was sagen würdet es sich aber anfühlt als würde euch jemand die Kede durchzudrücken that's me was wofür ist rn die Abkürzung right now ok danke danke that's me right now aber warum hat sie das abgekürzt sie hätte das doch ausschreiben können egal darüber sollen wir uns jetzt nicht streiten gut gemacht aber ich habe ihn nie mit Namen erwähnt nicht mal alles hat sich um ihn gedreht das war irgendwie so ein Schrei nach Hilfe oder was auch immer diese ganzen Gerüchte über mich dass es Leute glauben dieses Argument dass ich Reichweite Reichweite äh ok ... und Geld das ist so dieses Totschlag-Argument überhaupt das habe ich gar nicht gecheckt was ich auch geil finde war dass er meinte ja er hatte Angst auch dass ihm als Mann nicht geglaubt wird und ich finde es so krass dass er lübt und sich hinter diese Opfer stellt Simon ist genau der Grund ein gutes Beispiel warum solchen Männern dann nicht geglaubt wird super krass und assi wie man sowas als Vorwand nehmen kann ich spreche jetzt nur von mir ich bin eine Privatperson ich stehe nicht in der Öffentlichkeit ich nehme jetzt dieses Video auf um mich zu erklären ich meine ich hätte meinen Job verlieren können Simon ist kein unbekannter Mensch er hätte mir damit wirklich mein Leben Deutschland den Deutschen Ausländer warte warum habe ich Warte warte ich habe die Melodie gerade nicht wartet ganz kurz wegen dem Job verlieren Ausländer raus Deutschland den Deutschen Ausländer raus Deutschland den Deutschen Ausländer raus Ausländer raus deswegen hättest du deinen Job verlieren können aber nicht wegen Unge versauen können er weiß vor allem als langjähriger YouTuber was passiert wenn man mit solchen Vorwürfen noch Namen erwähnt was da für eine Hatewelle kommt und am Ende dann zu schreiben jo aber bitte hatet nicht das bringt gar nichts er wusste ganz genau was er da für eine Hatewelle ich wünschte ich wünsche mir so ein Video über dich wo eine Frau über eure Chats auspackt nur ekelhaft pervers du siehst nur Auberginen und Regentropfen so fangen die Chats an und hören auch hören dann mit blockiert auf Instagram Nutzer ich predikte es euch ohne viel reden ohne viel Wallahi so sehen die Chats aus ich mach nicht dieses links rechts direkt so zack 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 mir gegenüber zu mir auslösen wird das finde ich einfach super krass und perfide von ihm dem Typ ist sein Ruf wichtiger als alles andere kein Beispiel ich weiß nicht ob ihr euch da rein erinnert aber was glaubt ihr warum Aiblani nicht mehr auf Madeira ist warum Erna quasi ja Aiblani wurde weggeekelt ne aber Aiblani mag ich auch nicht den Typen und weggescheucht wurde wer da der Hauptaggressor war ich werde nach diesem Video jetzt keine YouTuberin das ist jetzt einfach wie gesagt hier um mich zu erklären um meine Sicht der Dinge zu zeigen also ich weiß nicht ob ihr seinen Twitter zu zugegeben dass ich OnlyFans konsumiert habe war aber extrem peinlich weil es ein Tabuthema ist ok ich hatte selbst eine Zeit lang regelrecht Pornosucht hatte zur Höchstzeit ca. 20 UF-Seiten zeitlich abonniert gesehen habe von wegen auch Pornosucht ich habe nie was von einer Pornosucht mitbekommen er hat mir nur als ich dann sein OnlyFans entdeckt hat was er das nutzt dass er da Creatorin abonniert hat hat er mir das ganz stolz gezeigt und von der Pornosucht war da nie was ich hoffe ihr könnt jetzt ein bisschen meine Sicht der Dinge nachvollziehen ich will nicht behaupten dass ich immer perfekt war in der Beziehung aber es stand in keinem Verhältnis zu dem wie er zu mir war das wäre jetzt an der Stelle von mir mein Erfahrungsbericht meine Sicht der ganzen ok man muss aber bei ihr sagen das muss man ihr zugute halten sie hat sich erst geäußert nachdem er sich geäußert hat das ist dann gerecht das ist eine Sache an der Stelle ich wünsche euch noch einen schönen Tag aber gut gemacht das Video dieses Jahr ist ein Fiebertraum guck mal am Ende des Tages einfach nur eine gescheiterte Beziehung natürlich der ein oder andere unschöne Moment aber es ist Standard Beziehung er lernt eine andere kennen er trennt sich es ist halt jetzt nur bei jemandem passiert der halt eine Reichweite hat und sehr bekannt ist in Deutschland auch schon so Vielen Dank.